Amerikanische Infantilien vor Ort! Schröder, Antassi-B-Feuer! Feindlicht ist technisch! Ich bin jetzt gleich nasslich! Sei stark, Hartmann! Verfolg einfach deine Musile! Bereich gesichert! 1.1 am Oberkommando! Schienen sind frei vom Feind! Gute Arbeit, Antoni! Wir wussten, gegen einen Sieger hatten Sie keine Schuhe! Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie! Auf zur Hauptstraße, Katz! Los! Tore und Verteidigungen zerstören! Sie fliegt! Sie haben wohl schon einen Sieger gesehen, ja? Sie fliegt! Artillerie! Anton Heinz! Geistliche Artillerie aus der Hauptstadt! Sofort vorrücken und zerstören! Sie bestätigen, Hartmann! Jawohl! Oberkommando hier, Antoni! Befehl bestätigt! Brücken jetzt zum Ziel vor! Artillerie anvisieren! Wir haben hier ne Menge Gegner, Kommandant! Wir haben hier aus. Wir haben hier aus! Wir haben hier aus! Bis zur Böden! Ich hab's hier mit dir! Oh, darn it! Ich hab ihn nicht mehr auf. Ich hab ihn nicht mehr auf. Ich hab ihn nicht mehr auf. Get him, lass uns. Was ist die Tee, Richie? Hier ist ein echtes Fahrrad, Anna. Wir wussten wir, dass wir es bringen können. Das ist die Liga, wir gehen hier. Kommt, Leute, das ist unser. Okay, eyes up. Wir gehen downtown. Wir gehen in den Problemen. Hey, wir haben die Kompany auf der Seite. Wir kommen auf der Backen. Wir sehen, was wir haben. Shit, ich glaube, ich weiß diesen Mann. Aw, cute. Ich bin wirklich, er ist schlecht. Wir haben einen großen Aufmerksamkeit. Wir haben einen großen Aufmerksamkeit. Ich bin wirklich, Anna. Wir sind auch. Ja? Speak für dich selbst. Ich bin weg. Was ist das? Richie! Richie! Did he seriously just bail? Gotta put my side. Heading move through the city. Don't think you're outwarning me. Be advised. You've sealed off the... Hi. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off. Isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead. Oh, correction. Undead. My Platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side. Not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, squid cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. What? Oh, yeah. Whoa, 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 whoa. Ew. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Oh,ёр those ancestors utensils toy. Oh, yeah, honey. Oh, yeah, honey. Oh, yeah, honey. Wow. Oh, yeah, honey, honey. Oh, yeah. Good one, ya. Oh, Becca. mencion Currently, book, Ich bin nur ein Tadetniger. Geh, Geh, Geh! Hallo, Kauppagnen! Die Anteil, Applaus! Der Rulver-Guy ist der Tag an Baddie-Haus? Der Rulver-Same-Guy ist der Tag, der im Café. Ja. Ja, ich weiß, dass Baddie-Guy ist. Der Bade-Guy ist mir immer wieder verrückt. Der Rulver-Guy ist immer wieder verrückt. Der Rulver-Guy ist immer wieder verrückt. Der Rulver-Guy ist immer wieder verrückt. Ich bin immer wieder verrückt. Das ist nicht so, was ich liebe von euch, Leute. Ja, ja, ja. Ich bin da meistens der Zeit. Ich weiß nicht, was er ist, aber es sieht aus, wie es das most interessant ist, dass er sich überrascht. Das war's für heute. Oh, Sipirsk. Ich hoffe, dass es diese Zeit nicht ein paar Bunche von Nuts ist. Die Brüder sind nicht verletzt, und die Radiation ist aufgelistet. Ich glaube, dass es keine Nutschäzen gibt. Die Häusen sind nicht verletzt, auch. Sam, was ist mit der Radiation? Die Häusen sind nicht verletzt, als in Moskau, und immer steckt, Colonel. Ich glaube, wir besser nicht bleiben außerhalb, hier zu lange. Are you ready, Artem? Follow me! Good luck! You can rely on us! Weigew aus, ich will die Menge, wir haben hier gegründet, und wir können uns nicht verletzt, aber wir können uns hier feststellen. Das ist ein bisschen Spaß gemacht und ich kenne dich auf. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Wir machen uns, wir können uns durchführen. Ich finde sie gut, dass wir wieder Freude und schneiden. Ich kenne dich, mich, wir können uns nicht machen, und ich kenne dich. Ich bringe dich. Vielen Dank.